Ja, du merkst es dann, wenn deine Angst, dein Radius oder dein Handlungsspektrum immer mehr einschränkt, also wenn du aufgrund deiner Angst immer mehr Situationen vermeidest, dann kannst du dazu führen, dass du deinen Alltag nicht richtig bewältigen kannst, weil dich die Angst immer mehr einschränkt. Also es ist ein starkes Zeichen, dass du Hilfeanspruch nehmen solltest, wenn du merkst, deine Alltagsbewältigung leidet unter der Angst und natürlich auch, wenn dein Leid sehr gross ist, also wenn du durch die Angst, die du hast, sehr stark leidest, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dir Hilfe zu holen, psychologische Unterstützung zu holen.